Oh mein Gott, ich fliege im Kreis! Naja, ich bin wie immer der Serax und herzlich willkommen zu einem weiteren oder schonen Paar, ey. Ja, mir wird zu langsam spüren, die ich bin nicht da so ansehen. Oh Gott, da ist ja schon Boden. Okay. Schnauß im Wasser. Hoffentlich packen mich nicht die Haie. Lalalalalala, ja letztes Mal haben wir ein paar. Was vorletztes Mal, wo wir die Welt abgekackt haben, weiß ich nicht mal. Ähm, nö, 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 nö. Das war auch vorletztes Mal. So, und wir sollten uns nicht erwischen lassen. Was ist hier los? Okay, ich bin hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht er hin, Süßauer aus. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, jeder der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Gehst du den rotgestreiften? Ich bin in der Mitte vom Bienenfall. Ich bin nicht genug. Viel Spaß, Jungs. Ist unser Mann. Du musst ihn da rausholen. Ist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das nicht zu Oliver Karsfeld führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Das kann lustig werden. Okay. 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 Hi. In den Schritt. Hahaha. Oh je. Min. Aua. Hilfe. Ich werde jetzt nicht sterben. Halten und interagieren. Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein. Ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Lass sie das. Klug doch mal. Okay. Mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Scheiße. Jetzt ist es schon zu spät. Aber das ist es. Was macht er denn? Ist er wahnsinnig? Wir müssen das Dorf erreichen. Folge mir. Ich weiß, wo du nie bist. Aua. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Warum macht der Arsch das? Habe ich gar nicht verstanden. Ich werde sterben. Warum rennt der auch in die Menge rein? Ich verstehe es nicht. Kann der nicht einfach brav mit mir warten? So altverfickter Penner, ey. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Hilfe. Die schießen auf mich. Wir müssen das Dorf errauschen. Mann, Mann, Mann. Freude, Linie. Oh, meine MPs nicht genau genug. Alter, das ist nötig. Hammer. Komm, stopp. Danke. Ist auch so ein Verrückter, der. Ähm, euer Haus brennt, wollte ich nur sagen. Hallo. Was ist mit euch los? Gut. Ja, ich bin ja hier. Ich warte auf dich, Junge. Renn mir aber nicht ins Feuer rein. Folge mir. Oh, oh. Wow. Das war ein langer Takedown. Da bin ich eine schlechte Position, merke ich. Aber auf jeden Fall ist die Bucke geil. Was? Äh. Hi. Wie geht's dir? Ey, wo bist du, Junge? Komm hier. Ich hab schon alles aus dem Weg geräumt. Was ist mit dir los? Scheiße, ich wurde behauptet. Wo ist es? Okay. Hey, deck mich, wer dich suche. Mach schon. Binde die Dokumente nicht. Beschäftige sie. Da ist jemand beim Haus. Ah, du bist. Ah. Super. Hey, ich schlitz dich auf. Ah. Alles okay, Jung. Ja? Hat sich gelegt. Oh, scheiße. Nur drei Dollar. Was für eine arme Sau. Wo ist die Sau? Komm. Hey. Was? Scheiße. Das sagt man nicht. Das macht man. Was für eine verfickte Wurz, du? Scheiße, Mann. Hey, wie geht's? Fuck. Das sehen wir dann. Und wer hackt dich jetzt in Stücke? Wer hackt mich jetzt in Stücke? Nein. Schnauze, Junge. Oh, es wird Tag. Wie lange brauchst du suchen? Beschütz mich. Ich suche noch. Mann. Hast du Damenhandtaschen da? Ich glaube, die wollen jetzt snipen oder so. Ich glaube, die wollen snipen. Hi. Wie geht's dir? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Leck dich. Mit wem sprichst du? Sind nur noch wir beide da. Der Arsch, der die Frauenhandtaschen sucht. Der Arsch, der die Frauenhandtaschen sucht. Zack. Fisch-Gesicht. Hat sich gelegt, Kollege. War ich denn ein bisschen zu imbo? Oh, wie süß und ihr. So was Nettes hat sich noch niemand für mich getan. Hört sich. Hier ist es. Ich habe das Transportverzeichnis. Mann, endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut. Bin unterwegs. Lalalala. Rosch, Jung. Was ist das hier eigentlich? Minen zum Mitnehmen. Nur ich habe keinen Platz mehr. Noch ein Fähigheitspunkt. Du bist ja auch so einer. Echt. Dich sollte man gleich umlegen. Sei froh, dass du noch lebst, Junge. Allein mit meiner. Meiner Hilfe. Was für ein Arsch. ... ... ... Einen mit Start. ... Also Drücke vor Umherstellerin ist ein Beiderlenner. ... ... ... ... ... ... Nein, was? 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 Da war doch noch was. Komm. Beutetektor. Du blünderst Gegner automatisch. Nein. Das ist auch nicht schlecht. Ah, mein Arm brennt. Aua. Aue. Jetzt Shotgun. Leiche blündern. Das ist aber nicht Leiche blündern. Egal. Hä, warum kriege ich auf einmal keine Munition mehr? Der Typ hatte doch so was. Oder ist der, dem seine Waffe schon gespawnt? Sonnenbrille. Oh, wie episch. Ah. Ja, da ist schon wieder Munition. Deswegen habe ich auch diese Waffe genommen. Da kriege ich immer Munition, weil ich immer schön rumballern will. Mehr als bei Ballermann. Abgestandener Alkohol oder leere Flaschen. Auch immer. Mensch, ihr müsst hier mal aufräumen. Das reinste Chaos hier. Also wirklich. Ich bin hier zu Besuch. Schämt euch. Ich fange den Kowal mit Oliver an. Ab. Nicht an. Ab. Was ist hier los? Verflutung oder was? Lol. Egal. Au. Das tat nicht schlecht weh. Ich brauche bloß in die Nähe von diesen scheiß Minen kommen. Fick die Henne. Fick die Henne. Aua. Das kann so echt nicht sein. Ich bin schon wieder... Ich bin mitten im Minenfeld, ey. Aua. Fick die Henne, Mann. Da ist auch schon wieder eine. Da ist auch schon wieder eine. Voll das Funktum, ey. Wenn ich jetzt nicht den Funktum kriege, ey. Ich werde so wild. Ich werde richtig wild, Digger. Ich schwöre zum krassen Sexmonster. Jetzt ist er erst mal da. Tausend Berge erklimmen. Halbmord. Aber was? Oh, Möwen. Mann, wo ist denn da der Eingang zum Berg? Ich meine, wo ist der Aufgang zum Berg? Whatever. Wo ist der Weg, der hochführt? Aber hey. Die MP, die bringt es eigentlich. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der. Wie viel Munizien habe ich da? Ah, geht noch. So, 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 so. So ist jetzt der Scheißfunk, Tom. Irgendwo muss doch da sein. Aber was? Wisst ihr, ich peil den jetzt an. Äh. Wie markiert man da so? Markiert! Fick die Henne. Das war nötig. Aua! Fick dich, du Nutze! So ne blöde Wutz, ey. Wo bin ich jetzt? Oh, Mann. Ich könnte mich wieder aufregen. Was? Wo bin ich denn jetzt? Ach, großartig. Nochmal anpeilen. Weil das so schön war. Okay, ich hab mein Feuerwehr wieder. Ah, Mann. Jetzt kann ich schon wieder zum Fugtum rennen, ey. Was heißt rennen? Fahren. So, jetzt steigen wir ins Auto ein. Ja, ich musste kurz noch was erledigen. Was war das denn? Was zum Teufel war das denn jetzt wieder? Ich weiß es nicht. Oh, da ist ein Schleichweg. Ein ziemlich ungeblickter Schleichweg. Hi! Was geht bei euch? Aua! Ah, was? Direkt wieder zum Kleider. Den nehme ich mal direkt. Und jetzt komme ich aber gerade mal da rüber. Ich weiß nicht. Komm. Den Kleider geht's schneller. Der zahlt zumindest. Oha, wir können wieder mit Kleider fliegen. Yay! Oh, oh. Baum. Aua! Was soll der Scheiß? Willst du Stress, Junge? Willst du Stress? Hä? Aua, mein Knie. Wo ist der andere Hund? Da. Dingo halt. Für mich sind's Hunde. Probiere doch mal. Schmeckt delizios. Delicious. Was für den Weg habe ich mir denn da ausgesucht. Hi! Natürlich bin ich das. Alter, fick dich, Junge. Hat sich schon wieder erledigt. Bin ich da? Was, Scheiße. Was passiert, wenn man sich mit mir anlegt, Junge? Jetzt halt die Fresse. Bevor ich... Bevor ich mir das anders überlege und umdrehe. Oh, oh. Oh, oh. Was haben wir hier? Oh, was? 39 Dollar. Klassierte Tafel. Das hat sie auch gelohnt. Obwohl, 47... 57. Das würde sich für's Fuck-Pie 4 3, ähm... Ausreichen. Bezahlt man. Und ne Höhle. Und dann ne Krotte. What ever. Naja, dann verabschiede ich mich auch wieder. Das war wiederum an angenehmer. Halbwegs angenehmer. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.